Hallo zusammen! Wir von Heise Medien feiern dieses Jahr 25 Jahre Heise Online. 25 Jahre? 1996. Lange ist's her. Der erfolgreichste Film damals? Independence Day. Aliens und ein Computervirus. Passt irgendwie. Der erfolgreichste Song? Killing Me Softly von Infugies. 25 Jahre, in denen sich in der Medienwelt, hier bei Heise Medien und vor allem in der IT unglaublich viel verändert, aber noch mehr entwickeln lassen. Wo stehen wir also heute in der IT und welche Themen sind aus unserer Sicht die drei Dominanten für 2021? An erster Stelle natürlich IT Security, Security, Security. Und das für alle Branchen und alle Bereiche. An zweiter Stelle ein Klassiker, in Deutschland zumindest der Breitbandausbau. Kurze Frage nochmal, wem ist noch nicht das Bild bei einer Videokonferenz aus dem Homeoffice heraus eingefroren? Und der dritte Punkt, IT as a Service. Von klassischen Digitalisierungsprojekten hin zu Cloud Services, am besten mit DSGVO-Siegel, bis hin natürlich zu Lösungen für die Anbindung des Homeoffices ans Firmennetz. Mehr denn je sehen wir uns als Informationsgeber für unsere Leser und für unsere Community. Auf der anderen Seite sehen wir uns aber auch mehr denn je als Brückenbauer zwischen IT-Anbietern und IT-Anwender. Die Frage ist, die wir uns selber gelegentlich stellen, wie schaffen wir das eigentlich seit so langer Zeit? Im Print konzentrieren wir uns nach wie vor auf inhaltliche Premium-Qualität, auf unsere Leser und auf unsere redaktionelle Unabhängigkeit. In digitalen, neben den Inhalten und News konzentrieren wir uns sehr auf das Thema Trust, Awareness und auch die Stärke unserer heise Online-Community. Bei den Events, egal ob Präsenz oder in der heutigen Zeit auch vermehrte digitale Events, auch das Thema Content, Content der Vorträge, aber eben auch gleichzeitig auch das Matchmaking zwischen Partnern und Teilnehmern. Dazu bieten wir eine Vielzahl von Content-Marketing-Lösungen, plus vieles im Bereich Marktforschung bis hin zu eigenen Studien. Und wir wollen weiter wachsen und auch die nächsten 25 Jahre an Angriff nehmen bei heise Medien. Dazu haben wir dieses Jahr die heise Academy gelauncht und arbeiten sehr eng mit unserer Tochterfirma Geiztals und Günstiger im Shopping-Bereich zusammen. Falls Sie jetzt neugierig geworden sind, würden wir uns unglaublich über Ihr Feedback freuen. In diesem Sinne, bis heute und nicht bald.